Ein Live-Video mit dem Live-Producer zu machen, also am Rechner live zu gehen, hat sehr coole Vorteile und die möchte ich dir heute zeigen und mal Schritt für Schritt erklären, was neue Features hier auf Facebook sind und auch wie du sie nutzen kannst, um deine Reichweite zu erhöhen für Live-Videos. Dafür hüpfen wir rein, ich teile meinen Bildschirm und wir gucken uns ganz genau an, wie der Live-Producer von Facebook funktioniert. Mein Name ist Katrin Hill, falls du mich noch nicht kennst, ich bin Facebook-Marketing-Expertin und bei mir wird Facebook-Marketing leicht gemacht und ich liebe es ja, Live-Videos zu machen. Jeden Dienstag bin ich live und gebe einen Tipp, irgendwelche Strategien mit. Letzte Woche habe ich über meine Launch-Auswertung gesprochen von unserem 600.000 Euro Launch im Frühjahr und habe dich mit hinter die Kulissen genommen und heute ist es etwas technischer. Ich erkläre dir den Live-Producer und wir gehen mal rein in das Tool. Ich habe schon vor einer ganzen Weile eine Anleitung zum Live-Producer gemacht, aber der verändert sich natürlich ständig und hat sehr coole neue Features dazu bekommen und Live-Videos sind für mich das Tool Nummer 1, um tatsächlich auch hohe Reichweiten zu bekommen mit Hilfe von Facebook. Da ist es allerdings so, dass wir natürlich auch easy am Handy live gehen können. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Handy ist eine Funktion, die ich sehr gerne, also ich gehe gerne mit dem Handy live, am besten mit Stativ, aber mit dem Handy haben wir bestimmte Tools einfach nicht, die wir hier mit dem Live-Producer wählen und nutzen können und die zeige ich euch jetzt mal. Denn es gibt richtig coole Sachen, die wir einsetzen können. Und dafür teile ich meinen Bildschirm und führe dich mal rein, wie du den Live-Producer findest. Das ist der erste Schritt. Wir sind auf meiner Facebook-Seite und gehen jetzt live, also hier, du könntest hier, es geht an verschiedenen Stellen, dass wir live gehen können. Ich klicke jetzt hier einfach mal auf die Live-Option und jetzt geht es schon los mit einer Funktion, die gibt es noch nicht so lange. Wir können jetzt hier eine Live-Übertragung starten oder eine Veranstaltung erstellen. Also wenn wir weit im Voraus das Live-Video machen wollen, können wir hier eine Veranstaltung anlegen und schon ankündigen, dazu einladen, dass unsere Fans auch sehen, dass wir hier ein Live-Video machen wollen. Ich gucke jetzt hier in diese Richtung. Wir machen jetzt das Live-Video. Und was ich da sehr praktisch finde, das gibt es aber auch schon ein bisschen länger, dass du eine Testübertragung starten könntest, um die Technik zu testen. Das heißt, du machst alles so, wie nachher in der wirklichen Übertragung, aber es wird nicht öffentlich gesendet, sondern nur du kannst es sehen. Finde ich sehr gut zum Testen. Ich aktiviere das jetzt nicht. Wir gehen hier wirklich in diesem Feld jetzt einmal live. Aber das ist für dich super, wenn du es vorher noch gar nicht ausprobiert hast und nicht genau weißt, wie man das machen kann. Was für mich dann wichtig ist, du hast zwei Optionen, um live zu gehen, mithilfe von Facebook. Ja, du kannst mit einer externen, mit einem externen Tool live gehen, zum Beispiel mit Zoom das Ganze verbinden oder du machst das direkt mit dem PC auf Facebook. Und zwar hast du diese Auswahl hier oben. Entweder Streaming-Software, das habe ich gerade gesagt mit Zoom. Ich zeige das auch gleich ganz schnell einmal, weil das immer viele interessiert. Oder du nutzt deine Webcam und wählst die hier aus und kannst dann hier deine richtige Kamera auswählen und das Mikrofon das Richtige. Kleiner Tipp am Rande. Da ist ganz wichtig, dass das derzeit technisch bei mir nicht mit Chrome oder Safari funktioniert. Warum auch immer, ich habe alles ausprobiert. Bei mir funktioniert es derzeit nur im Firefox-Browser. Einfach nur, wenn es bei dir irgendwie nicht funktionieren sollte, wechsle den Browser und dann geht das hoffentlich. Man muss, und das ist wichtig, hier oben halt die Kamera einmal erlauben, dass Facebook die Kamera nutzen darf, sodass du hier direkt übertragen kannst. Du hast außerdem die Möglichkeit, den Bildschirm zu teilen. Finde ich super gut. Also das kann ich dir sehr empfehlen, wenn du Bildschirm teilen willst. Das geht natürlich mit dem Handy nicht, deswegen dafür geht das hier an der PC-Version super. Und was auch jetzt, ich gehe jetzt mal die Schritte durch, wichtig ist, dass wir hier viele Einstellungsmöglichkeiten haben. Facebook uns aber hilft, Schritt für Schritt das Ganze abzuarbeiten und auszufüllen. Schritt Nummer eins, was ich dir jetzt zeige, ist die Streaming-Software. Wenn du ein externes Tool verwenden willst, wie zum Beispiel Zoom, kannst du das anwählen und dann mit Zoom live gehen. Das funktioniert wie folgt, du brauchst hier die erweiterten Einstellungen, du brauchst unter anderem den Stream-Schlüssel, ein bisschen kryptisch, aber wir kopieren den einfach und ich hüpfe dann mal rüber in Zoom. Denn was ich ganz gerne mache, ist das Live-Video vorplanen, damit das hier direkt dann live gehen kann, innerhalb von Facebook, in die Gruppe, auf die Seite, in deinem Profil, das ist egal. Wir kopieren das also. Das ist jetzt für vorgeplante Live-Videos relevant. Wie das geht, wenn du spontan live gehen willst mit Zoom, kannst du dir mein extra Video dazu angucken, da habe ich das gezeigt. Ich bin jetzt hier einfach mal in einem Meeting drin, in einem Zoom-Meeting, das wir derzeit nicht mehr nutzen und dafür hier unten, ja, du musst ein Meeting anlegen, das ist der erste Schritt. Und du musst diese Möglichkeit live zu gehen aktiviert haben, auch dafür haben wir einen extra Beitrags, werden wir alles verlinken hier in der Beschreibung. Gehen wir hier auf Live-Streamen und können das konfigurieren, ja. Und da brauchen wir jetzt diesen kryptischen Schlüssel, Stream-Key, das ist der, den wir eben hier eingesetzt haben und dafür brauchen wir auch die Server-URL, die kopieren wir. Und das ist hier die Stream-URL. Ist nicht ganz die gleiche Wortwahl, nur dass ihr es einmal gehört habt. Und dann die Live-Stream-Seiten-URL. Und da nehme ich meistens, wenn du nicht genau weißt, wo der Link ist zu deinem Video, nehme ich einfach meine Live-Video-URL. Und das ist meine Seiten, von meiner Seite die URL slash live am Ende. Die kannst du immer nehmen, einfach live hinten ranhängen und dann speichern wir das. Und HTTP ist auch noch wichtig, sonst meckert er. HTTPS. Und dann haben wir das hier direkt drin, können das abspeichern und können hier nicht speichern. Quasi Videos vorplanen, mithilfe von Zoom. Das zeige ich nur einmal kurz, weil das viele von euch nutzen. Könnt ihr mal erzählen, ob ihr das generell verwendet. Zoom, um live zu gehen, um vorzuplanen, Videos vorzuplanen. Ich mache das sehr gerne zum Beispiel für Interviews, weil eine Interview-Funktion hat Facebook hier noch keine tolle. Es geht zwar mit dem Handy, mit einigen Einstellungsmöglichkeiten, aber gerade für richtig gute Interviews, wo ich eine stabile Verbindung habe, mache ich das sehr gerne über Zoom. Oder E-Cam, jetzt gerade bin ich mit E-Cam live. Ja, das wollte ich einmal zeigen. Und wir haben außerdem noch ein paar andere Optionen, die wir uns angucken können. Wir haben zum Beispiel hier eine Ansicht von dem Video. Ja, ich switche mal um, dass er hier die Webcam hat. Dann bin ich doppelt zu sehen, aber es ist okay. Und spannend wird es hier an der rechten Seite. Was ich jetzt gerne machen möchte, ist, dass ich das Video vorplane, damit sich meine Fans darauf einstellen können, dass ich zu einem späteren Zeitpunkt live gehen werde. Und das machen wir erst einmal hier links, wählen wir aus, wo wir live gehen möchten. Das könnte eine Gruppe sein, das könnte auch mein Profil sein. Du siehst, hier hast du alle Möglichkeiten. Wir machen das hier auf der Seite und wir können wählen, wann wir live gehen wollen. Also, ich möchte vorplanen, also sagen, ich möchte das später machen. Ich möchte später live gehen, zum Beispiel, das sieht man hier ganz gut. Ich glaube, eine halbe Stunde vorher muss man das mindestens ankündigen. Ich glaube, zehn Minuten mindestens. Und dann sage ich, ich möchte 13 Uhr live gehen. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, dass du dir überlegst, willst du jetzt live gehen oder willst du später live gehen? Du siehst hier immer noch nicht unten den Live-Video-Planen-Button oder den Live-Gehen-Button. Und wir machen mal jetzt, dass wir jetzt live gehen wollen. Die Option hast du hier zum Umspielen, weil hier noch nicht alle Häkchen abgehakt sind. Wir brauchen als nächsten Schritt die Beitragsdetails. Das müssen wir also ausfüllen, das ist wichtig. Und das machen wir hier rechts oben. Beitragsdetails hinzufügen steht auch hier ganz konkret. Und wir können hier anhaken, das ist ganz neu, dass wir den Beitrag, das vorgeplante Video in die Story teilen wollen. Facebook pusht die Storys derzeit. Dementsprechend können wir das hier auch gerne drinnen lassen. Ich lasse das drinnen. Und dann ist aber wichtig, dass wir das einfügen. Den Titel brauchst du unbedingt. Test-Live-Video nenne ich es jetzt mal. Ich gehe auch nicht wirklich live. Und eine Beschreibung brauchst du. Hallo, ich gehe live. Wichtig bei dem Titel, der wird in den wenigsten Fällen angezeigt. Entscheidend ist die Beschreibung. Und die ersten etwa sieben bis zehn Worte der Beschreibung sind die, die am schnellsten von deinen Fans gesehen werden. Bedeutet also, in diesem ersten Satz sollte unbedingt es so spannend klingen, dass jeder sagt, da möchte ich unbedingt live dabei sein. Die ersten Worte sind also ausschlaggebend dafür, wie viele Live-Zuschauer du hast. Ja, deswegen, schlechtes Beispiel. Ich würde hier auf jeden Fall Content rein. Ich arbeite hier immer mit einer Überschrift. Das sieht man bei diesem Video zum Beispiel, wo ich genau sage in den ersten Worten, worum es geht. Ja, das ist jetzt nur einfach der Test hier für uns. Speichere das ab. Und jetzt, da wir das gemacht haben, ich finde es ein bisschen unübersichtlich, aber es steht ja hier beschrieben, könnten wir sogar direkt live gehen. Wenn du das also gemacht hast, bist du ready to go und kannst das direkt eintragen. Wir können nochmal, ich bin hier eingeben, also eine Location dazufügen. Wir können auch Gefühle und Aktivitäten dazufügen. Das hilft Facebook immer so ein bisschen, um dem Algorithmus zu helfen, mehr Leuten angezeigt zu werden. Also wenn wir in der Location sind, wo viele Menschen sind, kann das behilflich sein. Wir können auch, wenn wir das Video vorplanen, ein Miniaturbild schon vorher auswählen und hochladen. Vielleicht eins, wo man gerade ein komisches Gesicht macht oder so. Das hilft auch immer sehr, um Aufmerksamkeit zu bekommen, weil man erst mal so dieses Thumbstopping, ja, den Nutzer dazu bringt, kurz anzuhalten. Inne zu halten, zu gucken, zu analysieren. Hä, was ist da los? Das muss ich mir jetzt genauer angucken. Kann also sehr, sehr helfen, ja. Kann man hochladen. Wenn ich ein Video vorplane, dann mache ich das immer. Dann nehme ich einfach ein, ich zeige es euch mal, ein Bild aus einem Fotoshooting, um es mir leicht zu machen. Ich habe hier die mir eingetragen und da habe ich einfach ein paar Fotos drin, wo ich jetzt einfach vielleicht ein bisschen Bewegung reinbringen könnte. Die sind jetzt nicht so spannend. Dann nehme ich einfach ein einfaches Foto, das nicht so kompliziert ist und lade das hier hoch. Und dann hat man hier schon direkt die Vorschau. Kann man wieder löschen, kann man auch neu hochladen. Also gar kein Problem, das zu bearbeiten. Außerdem können wir hier sogar eine Serie auswählen. Wir haben Serien, wenn du eine angelegt hast. Man kann Videoserien, sowas wie eine Playliste anlegen. Dazu gibt es ein eigenes Video. Kannst du gerne mal googeln mit meinem Namen und dann findest du dazu eine Anleitung. Oder, was ich auch sehr spannend finde, gerade wenn wir Interviews machen, können wir Cross-Posten. Das heißt, das muss man vorher einmal aktivieren. Habe ich auch einen extra Beitrag zu meinem Blog. Könnt ihr gerne mal gucken. Das bedeutet eigentlich, gerade wenn du ein Interview machst mit zwei Partien oder eine andere Seite, Facebook-Seite, irgendwo erwähnst, dass du in dem Moment das Video Cross-Postest und auf beiden Seiten das gleiche Video hast mit der gleichen Anzahl an Kommentaren und Likes. Das heißt, man muss das Video nicht teilen auf die andere Seite, sondern es ist der gleiche Beitrag und der pusht sich dann gegenseitig und die Reichweite steigt. Das macht also total Sinn. Finde ich super cool, gerade bei Interviews. Und hier finde ich auch super gut. Wir können hier automatisch alle Gruppen auswählen, wo meine Seite mit verknüpft ist, damit es da auch gepostet wird. Automatisch. Da könnte ich jetzt alle automatisch auswählen und auch für die nächste Übertragung direkt abspeichern. Finde ich super gut. Finde ich auch richtig gut. In der Gruppe zum Hervorheben hinzufügen. Das bedeutet also, dass es in der Gruppe ganz oben im Featured-Bereich direkt markiert wird. Ja, so sichtbarer wird in dem Moment. Und wir könnten Zielgruppeneinstellungen machen. Das würde ich allerdings nicht empfehlen. Und das ist auch ein neues Feature hier rechts unten. Ein voreingestellter, fixierter Kommentar. Wir können den aktivieren und dann ist bei jedem Live-Video, das wir starten, ja, nicht nur bei diesem, sondern bei jedem Live-Video, das wir künftig starten, dieser Kommentar fixiert. Ein Kommentar, der vielleicht auf unser Freebie hinweist. Oder ein Kommentar, der auf unser neues Webinar hinweist. Ja, finde ich total cool, wenn du das einmal einlegst und auch ohne den Live-Producer live gehst, also mit einem anderen Tool, ist der direkt automatisch auch fixiert. Deswegen nehme ich das jetzt mal raus. Aber ich finde die Funktion sehr cool, wenn du das also einmal anlegst, hast du auch, wenn du mit dem Handy live gehst, soweit ich das getestet habe, sogar in Gruppen, diesen fixierten Kommentar. Fand ich jedenfalls sehr, sehr spannend, dass es diese Option gibt. Dann haben wir hier links das Dashboard, wo wir einmal durchgehen können, wo du dann nachher, wenn du live gehst, auch viele Statistiken sehen kannst. Ja, das heißt, wir können hier sogar Ziele festlegen und sagen, was möchte ich denn erreichen? Neue Follower will ich haben. Ich habe jetzt 30.817 Follower, also Abonnenten. Und ich könnte jetzt hier, ich glaube, Geld ausgeben. Keine Ahnung, was genau hier. Also das ist jetzt komplett neu, habe ich noch nicht ausprobiert. Aber hier ist eine kurze Info, können wir vielleicht nochmal reingehen. Lege erreichbare Ziele fest, um deine Zielgruppe zur Interaktion anzuregen. Mega spannend. Müsste man jetzt mal ausprobieren, wenn man wirklich live geht. Das werde ich mal ausprobieren und euch berichten. Ziel ist es, mehr Interaktion zu bekommen, zum Beispiel, dass sie Fan werden sollen. Ich nehme dann mal an, dass bei diesem Ziel dann Facebook den Button gefällt mir, also der Seite folgen, sehr prominent bei dem Live-Video unterbringt. Wäre jetzt eine, würde ich jetzt mal annehmen, dass das möglich ist, aber ich weiß nicht. Witzig, was es nicht alles gibt. Habe ich noch nicht ausprobiert. Wieder was Neues gelernt. Das hatte ich noch nicht gesehen. Witzig. Okay, ansonsten sehen wir hier die Kommentare. Wir können auch Einstellungen machen, wer hier überhaupt kommentieren darf. Das kennen wir von zum Beispiel Twitch. Wenn wir 2000 und mehr Zuschauer haben oder viele, viele Zuschauer. Wir haben ja teilweise bei Live-Videos auch 500 Zuschauer. Wenn wir so eine Art Webinar machen, dann kann es sein, dass der Chat ganz, ganz schnell läuft. Und in dem Fall macht es zum Beispiel Sinn, dass man den verlangsamt, dass ein Verfasser von Kommentaren nur alle 10 Sekunden kommentieren kann, verlangsamt. Dass man hier eingeschränkte Zugang nur hat, dass man hier nur Kommentare sieht in der Diskussion mit mehr als 100 Zeichen. Also sowas wie top oder super nicht angezeigt wird und so weiter. Also hier haben wir coole Möglichkeiten. Finde ich jetzt auch gerade ganz spannend, dass nur Follower Kommentare posten können. Das heißt, man muss mir folgen, um kommentieren zu können und um Fragen zu stellen. Ich würde das jetzt nicht unbedingt nutzen, aber vielleicht hat der eine oder andere dafür eine Verwendungsmöglichkeit. Man kann hier nochmal Kommentarmoderation, wenn man merkt, man hat immer viel Spam, kann man hier zum Beispiel Keywords, bestimmte Wörter blockieren, die dann nicht oder in der Kommentar direkt nicht angezeigt wird. Finde ich auch nochmal ganz spannend. Und wir können jetzt hier auch nochmal Umfragen veröffentlichen und Live-Video-Veranstaltungen planen. Das haben wir ja bisher noch nicht gemacht. Man hüpft dann nämlich direkt um und erstellt eine Veranstaltung für unser Live-Video. Machen wir jetzt aber nicht. Hüpfe ich nochmal zurück. Das würde ich jetzt einmal überspringen, weil eine Veranstaltung anzulegen ja relativ easy ist, würde ich mal sagen. Was wir tun können, ist hier eine Umfrage erstellen. Das bedeutet, eine interaktive Umfrage während des Live-Videos können die Leute ins Video reinklicken und Antwortmöglichkeiten auswählen. Und ich kann dann die Antwortmöglichkeiten hier sehen im Live-Producer und habe die nicht nur Kommentare, die Interaktion der Kommentare, sondern auch direkt eine Umfrage, wo ich A oder B anbieten könnte. So nach dem Motto, wer es soll nächste Woche in meinem Live-Video passieren, A oder B. Und dann habe ich hier gleich interaktiv die Teilnehmer mit einbezogen. Ich nutze das tatsächlich sehr wenig, weil ich mehr mit eCAM live gehe. Aber ich finde die Idee total cool. Also wenn ihr viele Live-Videos macht und sowieso mit dem Live-Producer live geht, dann bereitet vorher diese Umfragen vor. Ihr könnt unendlich viele und die dann während des Videos an und wieder ausschalten. Und die werden dann auch in der Aufzeichnung angezeigt, was ich sehr cool finde. Einfach für die Interaktivität super spannend. Generell ist es allerdings auch wichtig, dass du im Live-Video immer wieder dazu aufrufst, mitzumachen, Fragen zu stellen, im Kommentar vielleicht abzugeben oder mit einer kurzen Info, ja, mache ich auch, nein, mache ich noch nicht. Also so mitzubekommen, was die Zuschauer vielleicht schon haben, noch nicht haben und darauf reagieren zu können. Jeder einzelne Kommentar, der gemacht wird, erhöht nämlich wieder deine Reichweite. Und deswegen ist es super wichtig, dass wir das tun. Ich gehe jetzt mal weiter hier links im Menü in die Einstellungen und wir gucken uns noch mal den Stream an und haben hier zum Beispiel einen Einbettungscode, was ich ganz spannend finde für alle die, die sagen, ich möchte die Leute, die das Live-Video gucken, nicht zu Facebook schicken, sondern ich möchte, dass sie das Live-Video auf meiner Webseite zum Beispiel sehen. Ja, da müssen wir beachten, dass ihr dafür auch Traffic einplant. Also bei mir wäre das nicht so gut, 500 Leute gleichzeitig auf die Webseite zu schicken oder auch mehr, wenn ich ein Webinar mache, aber könnte eine Möglichkeit sein. Man kann sogar 360-Grad-Videos live übertragen, sieht man hier. Ja, und man könnte ein Live-Video am Ende der Übertragung direkt löschen. Könnte man vorher ankündigen. Wenn du das sehen willst, musst du live dabei sein, danach ist es nämlich weg. Ja? Würde ich nicht unbedingt aktivieren, wenn du eine Aufzeichnung haben willst, denn der Live-Producer macht für dich keine Aufzeichnung. Das heißt, du musst es einmal stehen lassen. Ich würde es dann tatsächlich so machen, stattdessen, dass ich das Live-Video mache, das entsprechend ankündige, dass es danach gelöscht wird. Am Ende des Live-Videos, wenn alles gespeichert ist, das Video auf meinem Rechner abspeichern, falls du es nochmal irgendwann verwenden möchtest. Und bevor ich es lösche, noch einmal die Statistiken abfotografieren, damit du einfach ein Gefühl dafür bekommst, wann gehen die Leute wieder weg, wann sind sie gelangweilt, wie kann ich mich optimieren, wie lange gucken sie meine Live-Videos, welches Thema kommt besonders gut an. Denn wenn du das Video gelöscht hast, sind auch die Statistiken weg. Deswegen mache ich vorher immer einen Screenshot, bevor ich Videos lösche. Das kommt ab und zu mal vor, wenn ich sehr, sehr guten Top-Inhalt bringe und so denke, okay, das passt jetzt besser in meinen Kurs. Dann lösche ich das auf der Seite und packe das im Anschluss in den Kurs rein. Bei den Zuschauern können wir hier ein paar Einstellungsfunktionen reinbringen. Zum Beispiel das Zurückspulen erlauben. Da ist es dann so, wenn du live, während du live bist, kann der Zuschauer nochmal zurückspulen. Ja, ich lasse das eigentlich mal aktiviert, auch wenn es eigentlich in dem Moment nicht unbedingt nötig ist. Hier ist auch die Funktion automatische Erstellung von Untertiteln. Das heißt, ich war heute früh schon live in meinem Masterkurs und während ich spreche, werden Untertitel unter dem Video erstellt. Ja, super praktisch für die, die jetzt vielleicht am Handy gucken und nicht auf laut machen können beispielsweise. Und man könnte jetzt hier noch aktivieren, dass man mir Nachrichten schicken kann während des Live-Videos. Das haben wir uns eben schon angeguckt, was man mit den Kommentaren einschränken könnte und den Live-Tab, den könnten wir auch kopieren. Das ist hier das, was ich vorhin gesagt habe, das gleiche wie live. Kann man aktivieren oder nicht aktivieren? Das heißt, du hast einen extra Reiter auf deiner Seite. Ich zeige es dir einmal. Für Live-Videos. Dadurch, dass ich ja viele Live-Videos mache, habe ich diesen extra Reiter und der ist dann nochmal gesondert von Videos. Der ist dann hier live. Ja? Und da kann ich die Leute direkt hinschicken. Das geht also entweder mit dem Live- oder mit dem Live-Videos und dann lande ich direkt auf der Videoseite. Geht beides. Ja? Zeige ich hier gerade einmal kurz. Und dann machen wir das wieder klein. Außerdem, wenn wir hier nochmal reingehen, haben wir bei Interaktivität die Umfragen nochmal. Es ist an drei verschiedenen Stellen, dass man Umfragen machen kann. Wir haben hier Fragen, die wir einbringen können, um zwischendurch Fragen zu stellen. Grafiken können wir einfügen, zum Beispiel sowas wie, ihr kennt das vielleicht, ich habe es vorhin eingesendet und hier kann das hier jetzt nochmal einblenden. Sowas zum Beispiel könnten wir hier hochladen. Und während der Live-Übertragung sowas wie Schritt Nummer 1 und dann das Thema, Schritt Nummer 2 Thema, Schritt Nummer 3 Thema, könnten wir hier mit einfügen. Und da müsst ihr nur darauf achten, dass ihr ein Bild hochladet ohne Hintergrund. Ja? Ihr seht das hier. Das ist quasi wirklich nur dieser, könnte euer Logo sein zum Beispiel. Es könnte die ganze Zeit das Logo eingeblendet sein, während ihr live geht. Finde ich sehr praktisch. Gerade wenn ihr sagt, ihr möchtet irgendwas Bestimmtes bewerben und das soll irgendwie im Hintergrund sein oder an der Seite. Könnten also solche Titel sein, könnte das Logo sein, was auch immer ihr da einbringen möchtet. Und wir können hier Aufrufe einen Link einfügen. Also zum Beispiel sagen, hole dir meine Beitragsvorlagen und dann wird im Video die Seite ein Beitragsdehn speichern. Ja, okay. Er möchte HTTPS haben und dann wird das hier direkt eingetragen. Ja? Das ist super praktisch. Ansonsten haben wir hier noch Cross-Posten, habe ich schon erklärt. Und in Gruppenteilen haben wir auch schon gesehen und Monetarisierung. Ich habe da die Sterne-Funktion, da habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Ab 10.000 Fans hast du diese Sterne-Funktion. Du kannst das entsprechend machen. So, ich gehe jetzt nochmal an den Anfang. Warum auch immer hat er jetzt hier das Live-Gehen wieder deaktiviert. Wir gucken mal, ob er das annimmt. Wenn ich hier die richtige Kamera auswähle, dann hat er es nämlich. Und jetzt könnte ich hier direkt live gehen und über den Live-Producer hier direkt starten. Wir haben hier auch ein paar Tipps noch von Facebook. Lest euch das ruhig durch. Wenn Facebook euch Tipps gibt, bedeutet das, da ist ein kleiner Fokus drauf. Und das wollen sie euch zeigen. Dementsprechend wichtig, dass wir da auch eine Info reinbringen. Da sind wir jetzt alles einmal durchgegangen. Da sind ein paar neue Tools dabei vom Live-Producer. Besonders praktisch finde ich den fixierten Kommentar, den ihr hier wirklich einstellen könnt. Und für eine Promo-Aktion, wenn ihr eine Serie macht oder ähnliches, im fixierten Kommentar mehr Aufmerksamkeit habt. Für einen Link zum Beispiel, wenn ihr sie irgendwo hinschicken wollt. In meinem Fall die Beitragsideen, mein Freebie. Wenn ihr lernen wollt, wie man verkauft auf Facebook und dafür ein paar Vorlagen haben möchtet. Und im Kommentar sieht das dann einfach jeder, der am Handy oder am PC euer Live-Video sieht, weil der jetzt fixiert. Das können wir auch machen, während das Video läuft. Können wir einen Beitrag fixieren, einen Kommentar fixieren. Aber so ist das automatisiert und du musst dich während das Video läuft nicht darum kümmern. Deswegen ist es sehr viel praktischer, um hier tatsächlich auf etwas aufmerksam zu machen, wo du jemanden hinschicken möchtest. So, das war ein quick Durchlauf, was der Live-Producer alles kann. Ich bin gespannt, ob ihr den einsetzt. Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Und wenn ihr jetzt bis zum Schluss dabei wart, gerne mal eine Hand hoch und ein Herzchen hinterlassen. Postet gerne auch einen Aha-Moment in eure Storys. Ich teile das super gerne weiter, weil ich einfach immer total happy bin, wenn ich sehe, dass ihr das umsetzt, was ich euch hier mitgebe an Tipps. Das ist für mich das Wichtigste, denn das Zeigen ist das eine, aber diese Umsetzung dann durch Live-Videos vor allen Dingen mehr Reichweite zu bekommen, das ist das, was ich bei euch sehen möchte. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim nächsten Live-Video. Vielleicht probiert ihr mal die Umfragen aus und den fixierten Kommentar. Das ist ganz einfach umzusetzen. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Und dann sehen wir uns auf Facebook wieder. Bis dann, ihr Lieben.